Der eine Beamte nimmt jetzt eine Sicherungsposition ein, für den Fall, dass sich der Täter steigen kann. Der andere Beamtliche Absprache, für den Sicherling, wird sich jetzt weiter in der Unterne gehen. Das alles geschieht natürlich, ohne dass der Täter das sehen kann. Das alles geschieht. Das alles geschieht. Das alles geschieht. Der weitere Zugrutsveramte sind auch schon aus ihrer Sicht im Bereich. Dem friedliche Studie, die Menschen sollten sich jetzt die Ohren zuhalten. Kendrick, halt hier die Ohren zu. Der Schuss erfolgt, der Schuss auf den Täter. Der Schuss jetzt vor, die Zugrutschveramten, gehen jetzt vor, den Täter fest. Die Geisel wird evakuiert, wird in einen sicheren Bereich gebracht. Der weitere Einsatzveramte hat sich abgeschaltet. Der Täter ist überfällt, ist gesichert. Er ist natürlich verletzt. Und jetzt tritt folgende Situation. Der Täter ist ein Schuss. Der Täter ist ein Schuss. Der Täter ist ein Schuss.